was geht ab leute und herzlich willkommen zu einem neuen video von mir heute für euch haben wir hier von aber oder aba je nachdem wie man es aussprechen mag haben wir hier diese premium bombenrohre dürften auch schon viele kennen gibt es schon etwas länger made in germany die dinger sind extrem laut haben es richtig in sich ich finde sie richtig genial kosten aber auch in die 6,99 oder 7,99 wenn nicht sogar 8,99 pro bombenrohr ist aber eine krasse qualität und ich finde sie mega geil ich würde sagen wir schauen uns sie einfach mal an wir haben hier den devil scream und hier haben wir den rattle bang gibt es auch noch andere von aber ich wünsche euch dabei viel viel spaß so jetzt mal hier so einen richtigen krach machen noch mal so ein schönes ding ja 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 ja